Willkommen zu einer neuen Session Minecraft! So, wir hatten die Lava wieder ausgeschüttet und haben jetzt Erde dabei und das Zeug. Dann können wir das auch gleich mal verbraten. Ich habe jetzt keine... nicht aufs grüne Wetter gespielt. Ähm... Hier... ... ... ... So und meine schippe noch dann bei hier oder muss man nämlich noch ein bisschen ran hier die sind so viel mehr haft gerade start der aufnahme ist ja keine ruckler sind da los das war schon wieder ok hier kann ich theoretisch ziemlich weit noch erde hin klatschen ach wir sind erst hier ich dachte jetzt wir sind schon beim tempel alter weiter ok hier müssen wir ein bisschen ran damit wir die meter blöcke sitzen können hier geht es glaube ich klar wo 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 ... 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 Vielen Dank. Wo ist die Erde? Hä, hab ich dir schon viel sammelt? Nee, hab ich nicht. Wird das schon wieder dunkel? Krass. Die Tage sind definitiv zu kurz. So, hier müssen wir dann wieder gucken, ob wir, obwohl, brauchen wir gar nicht gucken. Wir können locker bis hier hin rüber. Nix, äh, problemi. So, hier ist die Tage. Ich glaube, das wird echt ganz geil aussehen. Ich weiß bloß nicht. Ah, springt nicht in die Lava. Noch nicht. Schweinerei. Ecke frei. So, ich weiß bloß nicht, ähm... Wie lange das dauern wird, hier die ganze Insel mit Lava voll zu machen. Ich glaube, da haben wir eine Weile da zu sitzen. Ich hole jetzt erstmal die Erde, damit wir mehr vom Tag haben. So, klapp, klapp. Und eigentlich können wir das Inventar voll machen. Wir brauchen die E. Ich hätte mal so viel Erde, ey. Bald ist alles wieder weg. Dann habe ich nichts mehr für den U-Bahn-Schacht. Oh Gott, das wäre natürlich ein bisschen suboptimal. Hier müssen wir auch mal irgendwann weiter bauen. Das sieht ja aus hier über Baustellen. Toll, scheiß Skelett, ey. Nichts, dann können die bald hier nicht mehr boarden. Tschüss. So, bisschen Musik. Ich habe gerade 70 Frames. Was ist denn hier los? Woran liegt das jetzt auf einmal? Ich verstehe es nicht. Ah, hinten ist hier 35. Ich überlege gerade, ob man hier die Fläche noch nutzt. Ich glaube, ja. Ich schaue jetzt mal auf den Lehm hier. Na. 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 So, hier waren wir scheinbar auch schon aktiv, wahrscheinlich bis hier so rum, sieht ganz so aus. Äh, was mach ich denn hiermit? Scheiße, das hab ich ja voll vergessen. Ich glaub, das machen wir dicht. Weil das Verkleiden irgendwie... ...haja, okay, lustig. So. So. Das war's für heute. So, cool. Sind wir schon weit rumgekommen jetzt. So, das Ding muss weg. Ist die Frage, hole ich mir den Leben hier noch? Warum nicht? Ich höre sie aber ich sehe sie nicht. Okay. Okay. Da kann mich ja überall noch nicht mehr ran. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier mitmache. Wann lass ich das? Mach ich das dicht? Ich geh es jetzt nicht. So, eigentlich muss ich jetzt hier weg, leider. Ach, da bist du cool. Okay, dann verteilen wir die Dinger noch. Okay. Huch. 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 Oh. Passt du mit dem Lied? Äh, spitze bedanke mich. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.